Der Task Radio Silence. Am besten landet ihr in der Landing Zone Charlie 1. Von dort macht ihr einen hohen Bogen im Norden der Stadt. Ihr findet ein einzelnes Haus. Dort im oberen Stock, dort findet ihr die zu manipulierenden Geräte. Kämpft euch dann am besten zu Charlie 1 zurück, um den Task abzuschließen. Viel Spaß in Grey Zone Warfare. Euer Kühn. Bis zum nächsten Mal.